Es herrscht bereits Karnevalsstimmung hier in Sao Paulo, denn Brasilien empfängt den großen Preis der F1. Das Autodromo José Carlos Pache ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Rennkalenders. Und bald sehen wir wieder, wie die besten Fahrer der Welt hier alles geben. Die Strecke in Sao Paulo ist wunderschön gestaltet und stellt für Teams wie Fahrer eine attraktive Herausforderung dar. Durch mittelschnelle S-Kurven, Bergauffahrten und den Hochgeschwindigkeitsabschnitt nach Yonchao verlangt die Strecke eine ausgewogene Fahrzeugabstimmung, um hier zu bestehen. Das ist es. Wir haben die letzten Rennen der Saison vor uns und es ist Zeit für den letzten Vorstoß. Wer wird am Ende zum Champion gekürt? Wir werden es früh genug herausfinden. Nichts geht über ein Rennwochenende in der F1. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Mindjet 2022. Leichter Training im Regen hält uns von gar nichts ab. Wir müssen mal gucken, wie wir es mit der Reifenstrategie machen. Wir müssen 71 Runden durchhalten. Ich tendiere beinahe dazu hart. Also hart und medium sind ungefähr gleich schnell. Wir können hier nochmal reingucken gerade. Die harten und die medium Reifen sind ungefähr gleich schnell. Und ich weiß nicht, ob wir dann wirklich Softs fahren wollen. Weil die bauen sehr schnell ab und sind nur 0,35, 0,36 schneller am Anfang als die harten Reifen wohlgemerkt. Also bauen wir doppelt so schnell ab. Hart, medium, irgend sowas. Wir gucken mal rein, wie doll die sich tatsächlich abbauen. Also 71 Runden müssen wir durchhalten. Mit den harten Reifen schaffen wir ungefähr 35 Runden. Das heißt, mit zweimal hart kommen wir nicht ganz durch. Das heißt, medium, hard, medium oder hard, hard, medium wäre auf jeden Fall eine Variante, die man fahren könnte. Die mediums halten 25 Runden ungefähr. Nochmal Softs dazu für einen kurzen Stopp. Die halten 14, 16, knapp 17 Runden. Also ich wäre echt beinahe dafür, zweimal hart zu fahren. Damit kommen wir schon über die Runden auf jeden Fall. Und dann noch ein Stint mit Softs. Für zwischendurch. Aber wir können die mediums nicht alle im Training benutzen. Dann müssen wir vielleicht hard, medium, hard fahren. Können die Reifen dann richtig benutzen. Wahrscheinlich ist das die beste Strategie. Wir fahren hard, medium, hard. Benutzen die Softs jetzt alle fürs Training und fürs Qualifying. Weil die mediums auch erst Qualifying freigeschaltet werden irgendwann. Und da können wir die natürlich nicht benutzen. Also wir fangen einmal mit mediums an. Das ist gut. Wir könnten auch mit Softs anfangen. Das macht glaube ich keinen Unterschied. Die Softs versuchen wir dann vielleicht in Training 3 zu fahren. Wir schauen mal. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir brauchen ausgewogen. Wir brauchen Kurven. Also würde ich den Flügel eher hochstellen. Wenig Frontflügel. Hört sich erstmal nicht richtig an. Die Traktion, das kurvig ist eher in diese Richtung hier. So, Kurvengeschwindigkeit würde ich sagen, ja. Ich sage nein. Ne, da kommen wir leider nirgendwo an. Also wir fahren viel Radsturz. Lassen die Bremsstabilität da offensichtlich erstmal in der Mitte. Ungefähr. Ein bisschen können wir die noch runterziehen hier. Ja, und dann sind wir überall außer bei der Kurvengeschwindigkeit. So ziemlich im Randbereich. Kurven sind wichtig und Beschleunigung sind wichtig. Also könnte man jetzt auch argumentieren, man fährt den Heckflügel eher niedrig. Aber das würde ich eher auf einer Höchstgeschwindigkeitsstrecke machen. Wenn ich ehrlich bin. Von daher, wie lange haltet ihr 36 Runden? Und wie lange brauchen wir für eine Runde? 1,12. Das heißt, wir müssen vielleicht nochmal auf Softs rausfahren. So, aber ich denke, damit mein Plan funktioniert, müsste ich Theo heute zu Hause lassen einmal. Damit ich halt in Stint 3, in Training 3 nach Möglichkeit wirklich nicht mehr viel fahren muss eigentlich. Na, da würde ich Theo heute zu Hause lassen. Das ist halt so eine ganz komische Strecke hier, finde ich. Wir schauen mal, wie wir mit den Reifen hinkommen. So, Setup. Vielleicht wollen wir doch eher wenig Heckflügel fahren. Okay, gut. Wir fahren mal hier. Wird das hin? Ne, das machen wir mit der Traktion. Ich würde die eher in die Richtung schieben wollen, wegen Kurven. Den Radsturz erhöhen wir aber ein bisschen. Bremsstabilität runter. Also dann sind wir am Rand, auch wenn es der falsche Rand wahrscheinlich ist. Aber wir sind am Rand. Hm. Wir probieren es mal. Also wir haben jetzt zwei komplett unterschiedlich eingestellte Autos. So ziemlich. Wir müssen mal gucken, was sich dann nachher durchsetzt. Auf jeden Fall wichtig, ne. Streckeneingewöhnung müssen jetzt beide bekommen, damit T3 halt nach Möglichkeit fast wegfallen kann. Vielleicht noch ein halbes Training oder so. Das wäre super. Da müssen wir natürlich auch mit dem Setup hinkommen jetzt. Also wir schauen mal auf die Strecke. Ja, es wird bald regnen. Und wir werden das wahrscheinlich ignorieren. Weil das hier halt... 12, 30, 50. Ja, hier kommen wir rein, ne. Und dann... Kommen wir hier nochmal rein. Also wir könnten einen Stint mit Intermediates fahren. Wir sind die anderen hier draußen. Okay, die sind auch alle auf... ...Trockenreifenmischungen. Und Magnussen hat direkt den Unfall. Ja, beim Anbremsen in Kurve 1 direkt. Einfach durchgeschlittert. Ja, wenn er jetzt ausgeschieden ist, tatsächlich... Ja, ist er auch. Oh gut. Gut, wir ignorieren das. Wir wollen ja nur ein bisschen Setup testen. Mehr haben wir ja gar nicht vor hier. Ja. Aber Magnussen direkt rausgeballert, ne. Da fehlt ihm dann natürlich ein Training. Ich meine, die haben immer noch einen zweiten Wagen. Der ihnen so ein bisschen sagen kann, wo das Setup vielleicht hinlaufen sollte. Und wir sind, glaube ich, ein bisschen langsam mit der Erkundung des Setups. Jetzt setzt der Regen ein. Ist egal, wir fahren hier langsam. Ja, Strecke ist feucht, ist mir wurscht. Wir sind bei anderthalb Millimeter. Alle anderen fahren rein, holen Reifen. Oder sitzen die den Regen aus? Die sitzen den Regen aus. Oha. Okay. Ja, wir werden das Training hier nutzen. Hoffe ich. Ja, und jetzt müssten wir eigentlich fertig sein. Setup-Vertrauen ist schon gut. Naja, 64 Prozent, was man halt so gut nennt, ne. Kontrolle verloren und da ist der Dreher. Ach, Bottas. 13 Uhr 10. Ja, wir könnten auf Intermediates wieder rausfahren, theoretisch. Müssen wir aber, glaube ich, nicht, ne. Es ist so wenig Wasser auf der Strecke, dass sich hier niemand drehen wird, deswegen. Wir sehen Valtteri Bottas. Was für ein Dreher. Upsi-dupsi. Okay, das war natürlich nicht gut für die Reifen, vermute ich mal. Ja, wo kann ich die Reifen denn bitte angucken? Hier. Ja, ne, ist okay. War nass genug. Reifen ist nichts passiert. So, Gasly erstmal in der Box. Bottas braucht noch kurz. So, und dann schauen wir uns mal an, nur was wir mit den Flügeln machen können, ne. Alles andere ist mir egal. So, die halten noch eine halbe Stunde, das ist super. So, was sagt uns das Setup? Okay, also wir brauchen mehr Frontflügel. Der Heckflügel ist da hinten schon großartig eingestellt. Mal sehen, ob wir da auf einen perfekten Wert kommen jetzt einfach. Das wäre natürlich das Optimum. Der Rest ist zumindest schon mal am richtigen Ende der Balken. Das ist auch schon mal gut. Ja, wir schauen mal, wie weit wir uns da nur mit Einstellung der Flügel jetzt ein bisschen rantasten können. So, hier ist natürlich nicht so gut, ne, weil wir den Wagen einfach anders eingestellt hatten. Ist auch klar. So, dann schicken wir Pierre wieder los. Ja, die Strecke ist trocken, ne. Also es ist wirklich kaum Wasser auf der Strecke. Was jetzt schon wieder? Warum wurde ich hier aus dem Zeitraffer rausgerissen? Man weiß einfach nicht. Okay. Das war halt so. So, also Gasly schon mal mit einem Setup, wo wir wissen, in welche Richtung es gehen muss. Da können wir nachher vielleicht bei Bottas oder für Bottas ein bisschen spicken bei Gasly. Das wäre doch ganz gut, oder? So, also wir haben alles schlecht eingestellt hier im Prinzip, ne. Wir wollen weniger Heckflügel, viel mehr Frontflügel. Ach, das wird halt auch nicht richtig sein, aber wir tun mal so, als wenn das so das Richtige wäre. So, Bremsstabilität ganz hier hinten ist richtig. Ach, dann wollen wir vielleicht gar nicht so weit weg, aber mit dem Frontflügel, ne. Lassen wir den Frontflügel dann eher auf der Seite hier. Hm, 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 hm. Hm. ja wir versuchen das mal so also wir merken uns wir orientieren uns auch hier eher am rechten rand dieser balken bei den anderen werten die stabilisatoren haben wir so natürlich komplett falsch eingestellt da hätten wir bessere chancen rauszufinden wo wir hin müssen wenn wir sowas fahren würden ja wir machen das vielleicht einfach mal so dann sehen wir auch wo wir mit der kurvengeschwindigkeit hin müssen ungefähr ich vermute stabilisatoren die die flügel müssen wir noch mal komplett umstellen denke ich aber wir haben ja noch zeit dafür das wird alles hinhauen kriegen wir hin so was jetzt schon wieder warum werde ich denn hier ständig aus dem zeitraffer rausgerissen das finde ich ein bisschen nervig quatsch los schicken bitte das ist super aber die strecke ist halt noch sehr feucht ach wahrscheinlich wurde ich deswegen rausgerissen und die haben mir nur keine meldung gegeben weil es einfach nass geworden ist und jetzt trocknet es langsam wieder ab okay gut und jetzt er hat doch gerade gesagt kein regen mehr und jetzt wird es aber schon wieder feuchter also unser wetterbericht wir haben die zweitbeste ausbaustufe in der wetterzentrale und unser wetterbericht ist jedes mal komplett für den arsch also es bleibt auf jeden fall feucht hier so viel kann ich schon mal verraten aber ist uns egal wir fahren nicht trotzdem auf die mediums zu ende das ding ok wir haben das setup deutlich besser gemacht das beruhigt mich schon mal so bottas wird noch ein zwei ründchen brauchen auf jeden fall ist ja auch gemein dass man hier so bergauf in die boxengasse reinkommt nach guck mal wir haben sogar noch genug lauffläche auf den reifen alles wunderbar so die geraden haben wir hier optimal getroffene kurz vorm ende dieses balken ist das super also das müssen wir wieder ein bisschen weiter nach rechts schieben die kurven geschwindigkeit auch ein bisschen weiter nach links einfach dann läuft das die traktion haben wir schon fast richtig getroffen aber wirklich nur fast da müssen wir noch ein bisschen was machen der bremsstabilität da wissen wir auch wo wir hin müssen nämlich an dieses ende des balkens hier das ist ja schon mal gut so wunderbar also mit pierre sind wir sehr gut vorangekommen vorangekommen also dann kann bottas noch mal eine vierte stunde gleich ein bisschen paar parameter vom setup hier testen also erzählen wir davon ok also bremsstabilität großartig traktion sind wir da auch ungefähr im richtigen bereich nur halt heckflügel frontflügel die spielen noch gar nicht mit die haben einfach noch kein bock das heißt den heckflügel da wollen wir mehr winkel fahren so da haben wir jetzt eine kleine veränderung bei der traktion ne und bei der bremsstabilität auch und da gucken wir mal ob wir da im optimalen bereich sind ansonsten wissen wir wir müssen es wieder ein bisschen weiter nach rechts rüber schieben bei der kurven geschwindigkeit dürften jetzt auch in einem besseren bereich sein auf jeden fall also also das sind schon werte damit könnten wir wahrscheinlich irgendwo leben aber ich denke wir wissen wenigstens wo es hingeht ansonsten wie gesagt spicken wir bei ghastly einfach ein bisschen wenn wir komplett planlos sind so es ist trocken es wird schon ein bisschen feuchter es wird nicht feuchter es schauert halt die ganze zeit hier ist mir wurscht ok gut mit ein bisschen glück ziehen die uns kein keine softs ab weil die session hier als feucht oder sowas gewertet wird da müssen wir mal schauen ja ohne quatsch der wetterbericht der lügt und so an der kalkuliert ja gar nicht ein dass hier überall schauer sind aber gut ist halt auch egal da ist wohl ein wagen von der linie abgekriegt press in kurve 6 also schauen wir mal da ist sergio perez ein ausritt nicht gerade grund zur freude ja sah nicht super dramatisch aus so wir kriegen unsere setups nicht ganz zu ende gefahren das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm wir müssen mal gucken ok hier gibt es schon wieder startstrafen überall so kurz was trinken ja da gibt es schon überall startstrafen das ist natürlich nicht so geil verstappen und leclerc sind davon vor allen dingen betroffen also für uns relevant so wir gehen hier nochmal auf mediums raus würde ich sagen die haben uns softs abgezogen toll ja also wir sind irgendwie überall im richtigen bereich mehr oder minder haben wir die traktion jetzt getroffen oder nicht ich weiß es nicht was wir machen werden ist die nachspur wo müssen wir damit hin nach links oder nach rechts ich würde hier nach rechts gehen ehrlich gesagt vielleicht lassen wir auch alles genauso und gucken uns die restlichen werte erstmal an aber wenn ich jetzt die nachspur ändere dann tut sich ja nicht viel wahrscheinlich müssen wir irgendwie nochmal ein frontflügel ändern oder sowas mal gucken ja wir machen das mal so wird schon hinhauen so bremsstabilität muss natürlich ganz woanders hin wir haben aber zwei optimal werte gefunden das ist super die traktion müsste ein bisschen sich nach links verschieben gerne und das werden wir wahrscheinlich wahrscheinlich ja genau über den radsturz hinbekommen dann setzen wir den radsturz einfach so dann verschiebt sich die nachspur der die traktion und dann sind wir da hoffentlich schon im optimalen bereich so und dann müssen wir nur noch die bremsstabilität also die nachspur und den radsturz einstellen hoffe ich so wir gucken mal was haben wir denn hier radsturz 3 3 5 nachspur 0 6 8 und 12 1 halb hier ist der flügel ganz anders die traktion ist halt auch anders eingestellt hier ja wir sind wahrscheinlich schon irgendwo im richtigen bereich sieht das aus wenn ich die nachspur hier auf nur sechs stelle ja dann sind wir halt nicht am rand von diesen balken bringt uns vielleicht auch nicht so viel wir testen mal die setup so das wird schon irgendwie passen so training 2 bleibt trocken wissen wir nicht ne wir gucken mal direkt scheint trocken zu bleiben ok perfekt so die jungs sind unterwegs auf mediums und wir hoffen dass wir jetzt irgendwo mit dem setup in im 90er bereich kommen also so rund um die 90 wäre gut damit können wir dann arbeiten bei 35 minuten holen wir die jungs rein ich hätte die mediums aufholen aufheben sollen eigentlich und abgedrängt da gibt es wahrlich keinen grund zur freude aber wir gucken mal wie weit wir mit den softs in der letzten session kommen ich hätte die softs direkt in der ersten session verfahren sollen ausgabe ein dreher sehen wir uns das genauer ok aufgepasst da ist schumacher der wagen gerät entschleudern was für eine katastrophe mega katastrophe davon wird sich das team nicht erholen wagen zerstört fahrer schwer verletzt 30 autos mit involviert so jungs wie sie wie weit sind wir großartig 96 prozent ok damit bin ich erstmal zufrieden das schön ok so was sagt valteri er fährt erstmal abseits der linie junge du sollst was zum setup sagen und hier nicht abseits der linie fahren ok aber es scheint nicht schlimm gewesen zu sein so setup 79 prozent nur äh also traktion ähm die stabilisator verteilung wahrscheinlich für den arsch ne denke ich mal daran wird es liegen so ähm dann kommt jetzt einfach rein jungs wenn wir essen vor und gasly ist vorne auf und bei 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 Reifenblocker, was ist denn bei Bottas schon wieder los? So kacke ist ein Setup dann halt auch nicht, denke ich. So, okay, die Traktion, Kurvengeschwindigkeit, da müssen wir noch ein bisschen dran spielen. Den Rest haben wir optimal getroffen. Das ist super. Jetzt natürlich die Frage, in welche Richtung müssen wir mit dem Radsturz? Ich würde eher denken, in diese Richtung ein bisschen. Wir versuchen es mal so. Oder nehmen wir ein bisschen mehr. Uns fehlen drei Prozent. Ja. Voller Radsturz, glaube ich nicht. Das ist dann zu weit weg. Na, vielleicht so. Ach, dann sind wir hier oben auch schon wieder so weit weg. Das ist natürlich auch Quatsch. Wir schauen mal, ob das so passt. Also, wenn wir jetzt nicht die 100 Prozent treffen, ist auch egal, denke ich mal. So, hier müssen wir noch ein bisschen was tun, auf jeden Fall. Kurvengeschwindigkeit, noch nicht optimal. Überscheinbar ist noch nichts optimal. Das ist sehr belastend. Das ist sehr belastend. Ich kann jetzt nicht bei Gasly gucken, wie wir da fahren. Das ist natürlich ein bisschen, weiter ohne Regen. so hier vom abstand von gut nach optimal ist er das als dichter dran würde ich denken hier bei der bremsstabilität oder ein klick hochnehmen können wir nicht das hier können wir beim radsturz noch eins runter gehen ja wir können dann noch eins runter gehen und dann versuchen wir es mal so denn ich denke wenn ich jetzt mit dem frontflüge noch eins hochgehe dann rücken wir beim heckflüge zu weit weg denke ich befürchte ich dass wir versuchen es mal so wir haben jetzt nach relativ schlechte anhaltspunkte auf jeden fall aber wir kriegen das hin irgendwie wird nachher ein halbwegs brauchbares setup bei rauskommen denke ich wir können uns jetzt schon am rand orientieren wieder das schon mal wichtig also pünktlich zur halben stunde kommen wir hier wieder raus viel spaß in hälfte zwei jungs ihr schafft das wir müssen vielleicht nur ein bisschen aufpassen dass die nicht zu früh reinkommen wollen bei der laufplan jetzt glaube ich nur auf was auf 26 runden oder sowas ausgelegt ist also wir müssen jetzt auf jeden fall komplett durchfahren lassen das wäre wichtig so ghastly kommt hier mit dieser strecke scheinbar deutlich besser zurecht hat halt auch das bessere setup muss man auch dazu sagen aber bottas hat sich hier schon zweimal gedreht irgendwie also hat sich einmal gedreht einmal abseits der linie oder war es ghastly und eine reifenblockade hatte bottas jetzt auch noch kurz bei der boxen einfahrt irgendwie keine ahnung ganz ganz kurios hier so konkurrenten mit unfall wen hat es erwischt wen hat es rausgehauen alonso schon wieder alonso ok aber das war ja nicht der unfall sondern der ist ja einfach nur rausgekommen und dann erst wohl vor dem wagen gefahren quasi so gelbe flagge ja aber wer wann wo latifi kurve 1 konzentrieren wir uns jetzt auf den haas die kontrolle ging verloren und da ist der unfall ok wir merken uns also kurve 1 gefährlich ihr macht das ganz wunderbar mit dem neuen unterboden sind sie inzwischen auch vertraut mal gewissen dreht sich noch mal und bei ghastly haben wir ein optimales setup vertrauen sehr gut ups hi kevin macht doch keinen scheiß ja das könnte unterboden zerstörend gewesen sein trotzdem nur 97 prozent also wir haben es minimal verbessert aber es gilt als optimal aber es gilt als optimal ja bin trotzdem nicht ganz zufrieden mit den 97 prozent da versuchen wir noch mal ein bisschen was zu machen 85 prozent das ist auch nicht gut oh man leute also hier ein setup einzustellen da habe ich heute mega gefehlt sagen wir es einfach mal so ja 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 nicht in die garage zurückfahren genau das meine ich bleibt schön draußen die reifen sind noch gut die anderthalb minuten hier sind wichtig um die streckeneingewöhnung ein bisschen hoch zu treiben und die grünen balken kürzer zu machen denn wir haben ja noch kein optimales setup gefunden sein kurve 1 aber gedreht seien es ist jetzt im fokus und das geht daneben da passiert der dreher ja ist ja egal fährst du jetzt eh rein so fast ab 1 9 9 auf softs also viel schneller als 1 10 scheint man ja gar nicht zu werden aber da sind wir halt so weit nicht von weg mit unseren mediums gut die reifen mischungen liegen auch alle ziemlich dicht beisammen das muss man halt auch sagen willkommen zurück zu einem spannenden f1 wochenende an dem heute das training endet und sich das qualifying anschließen wird der gestrige tag war ein fantastischer vorgeschmack auf das was uns noch bevorsteht und die erwartungen im fahrerlager steigen das qualifying verspricht so unerbittlich wie immer zu werden nur die besten und beständigsten fahrer werden sich kontinuierlich verbessern um sich einen platz an der spitze der startaufstellung zu sichern los geht es mit dem wettbewerb der wettbewerb ganz genau so heute klarer himmel immerhin das sei schon mal gut so und wir müssen mit softs fahren ja wir können im prinzip locker drei soft mischungen raus ballern wenn wir bock hätten wollen wir natürlich nicht unbedingt wie viele runden 24 na gut dann stellen wir das mal so ein so und dann kümmern wir uns erstmal um ja was will ich hier keine ahnung man weiß nicht kümmern wir uns erstmal um piers setup und dann spicken wir da mal so ein bisschen für valteri vielleicht denn bei seinem setup haben wir noch ein bisschen probleme wo waren das vorher war das weiter außen ja ich glaube schon ne kurven geschwindigkeit ist immer noch großartig ok pass auf wir machen das so wir machen das so und wir machen das so und dann ist das unser 100% setup oder wir fahren mit dem was wir eben hatten eins von beiden wenn ich in die andere richtung die kurven geschwindigkeit ändern würde dann würden wir mit der traktion glaube ich außerhalb landen deswegen denke ich das müsste die richtige richtung sein dann fahren wir hier 35 und 80 also relativ aggressiv ein heckflügel mittlere einstellung und den frontflügel bei 75 ungefähr ok gut schauen wir mal ja also der radsturz deutlich aggressiver es führt dann zu weniger frontflügel die traktionen ballern wir hoch damit kommen wir durch denke ich wir müssen eine große änderung machen und das geht im prinzip nur bei der kurven geschwindigkeit hier dann können wir hier noch eins dichter ran vielleicht dann kriegen wir es mit der kurven geschwindigkeit nicht mehr ausgeglichen hier sind wir dann auf jeden fall auf dem optimalwert wieder wenn wir den flügel so fahren wir probieren das mal aus ich denke das ist ein guter kandidat wir müssen 15 prozent rausholen und die holen wir ja hauptsächlich beim radsturz raus das sieht dann genauso aus wie bei Pierre hier der heckflügel sieht genauso aus wie bei Pierre die stabilisator verteilung ist anders bei Valtteri und dadurch ist dann auch der frontflügel um ein grad niedriger angestellt insgesamt das ist erstmal plausibel das heißt das könnte ein gutes Setup sein das könnte funktionieren hoffe ich wir gucken mal so Streckeneingewöhnung sind wir gut das heißt wir können dann irgendwann nochmal Pause machen Reifen wechseln und kommen trotzdem noch hin ob wir dann das Setup nochmal anpassen werden dann kommt drauf an was da jetzt für Werte rauskommen beim Testen ich hoffe auf jeden Fall ich hoffe dass wir die Setups jetzt irgendwo im optimal Bereich bewegen beide so es bleibt wunderbar trocken sonnig hier wir haben zwei Softsätze Reifen zu verballern auf jeden Fall und das werden wir auch machen es sei denn bei Pierre ist jetzt sofort alles optimal 100% dann hat er seinen Job für heute gemacht dann fährt er den Reifensatz einfach tot und müsste dann auch bei 100% angekommen sein nach einer halben Stunde ganz genau und würde dann einfach in der Box stehen bleiben so Spannung wie sieht es aus mit dem blöden Setup Science es ist Science ich habe es gewusst was bekomme ich ja also Kurve 6 so ein bisschen ausscheren scheint ganz gut zu sein wo ist denn Kurve 6 1 2 3 4 5 5 rechts Kurve stimmt das oder ist es hier die Linkskurve habe ich gerade nicht mehr im Kopf ne rechts Kurve stimmt es war eine rechts Kurve bilde ich mir zumindest jetzt felsenfest ein ja hier mit dieser großen Auslaufzone auf der linken Seite ne das sieht richtig aus so komm schon Pierre ich brauche jetzt super gute Nachrichten von dir optimal 100% genau das wollte ich hören dann fährt er nämlich hier noch die 7% raus ne die Reifen sind noch gut und dann kann er wieder reinkommen äh bei Valtteri müssen wir mal gucken da können wir nochmal ein kleines der der ist jetzt auch schon bei 90% ja wir können es uns erlauben wenn er nicht bei 100% ist genau und sagen wir einfach hey komm nochmal rein du kriegst neue Reifen drauf ist alles kein Problem wir machen das nochmal schön für dich da schleudert jemand zu Noda warum was tut der Mann brauchen wir uns nicht konzentrieren der ist mitten im Bild der Alpin konnte da auch gut ausweichen Schwein gehabt ich dachte schon da würde es krachen direkt so Valtteri guck mal ähm du bekommst erstmal hier einen neuen Reifensatz gönnen wir dir komplett dann können wir den Laufplan so lassen und dann gucken wir mal es geht jetzt also nur um ein Klick Frontflügel der irgendwie in diese Richtung muss so dann spielen wir noch ein bisschen mit der Kurvengeschwindigkeit dann bleibt nämlich alles bei optimal und dann haben wir jetzt unser 100% Setup schwöre ich hoffe wir könnten hier die Nachspur noch einen kleinen Tick nach links bringen aber ne so ist einfach besser glaube ich also wenn das jetzt keine 100% sind dann sind es meinetwegen 98, 99% es müssten 100% sein das einzige was halt nicht stimmen kann ist wirklich ein Klick Nachspur oder nicht aber ansonsten ja das Valtteri das ist ein Gewinner Setup ich sehe das direkt so und Pierre kann jetzt gleich rein bevor er seinen Reifensatz hier tot gefahren hat einfach rein kommen Füße hochlegen bisschen gemütlich machen vor dem Qualifying nochmal eine halbe Stunde Pause da ist er bestimmt nicht böse wenn er eine extra Portion Nudeln essen kann oder richtig was trinken es ist relativ warm hier 32 Grad so Bottas kriegt auf jeden Fall das Setup noch komplett erkundet wenn er sich nicht irgendwie raus dreht Unsinn macht oder irgendwas er kriegt auch die Streckeneingewöhnung fertig gefahren ja easy von daher alles cool wir kriegen das hin und dann hätte ich Theo aber doch fahren lassen können eigentlich dann hätten wir vielleicht die Streckeneingewöhnung ja weiß nicht wieder so bei niedrigen 90er Wert gehabt statt 100% aber ja was soll's ich meine die Reservefahrer hier mal ganz ehrlich die bringen halt nichts weil die sich einfach nicht schnell genug entwickeln als dass sie hier was spielt man das Spiel maximal drei Saisons denke ich wird man das spielen wir werden es bei Alfa Romeo bei Aston Martin dann erleben aber ich denke in drei Saisons ist man da durch und in der Zeit entwickelt sich halt kein Testfahrer so großartig dass man ihn als Fahrer 1 da reinholen könnte irgendwie wiii Tja was könnte denn da passiert sein? wahrscheinlich hat er sich gedreht so Valtteri komm schon sag mir 100% oder sag mir eine andere Zahl ich hole dich dann in die Garage 99% ist es wirklich dieser eine Klick Nachspur der nicht stimmt ok alles klar komm rein Junge so aber wir wissen jetzt wie das optimale Setup aussieht aber da wir das nicht mehr testen können fahren wir es nicht auch wenn es nur ein Klick Nachspur ist das ist im Spiel egal das ist ein ungetestetes Setup darüber kann man nichts wissen das ist mal noch nicht gefahren das ist ganz anders das ist mal noch nicht gefahren das ist ganz anders ja und wenn man halt ein ungetestetes Setup hat dann gibt es dafür schon mal diese 3 Punkte Leistungsbonus nicht und das natürlich kann entscheidend sein auf der Strecke sagen wir es mal so rum 1,10 glatt also ein bisschen langsamer als im Training davor wir nur 2,5 Sekunden dahinter obwohl wir halt super langsam gefahren sind aber halt wenigstens auf der gleichen Reifenmischung aber normalerweise sind das bei gleicher Reifenmischung auf den meisten Strecken 3 Sekunden Abstand weil man super langsam fährt von daher ja 99% ist jetzt halt so und dieser Leistungsbonus hier für das Setup vertrauen das sind 9 Punkte sogar die würde man einfach nicht bekommen also über die Hälfte würde man auf jeden Fall nicht bekommen wenn man mit einem ungetesteten Setup am Ende von Training 3 dasteht das ist in dem Spiel komplett Banane ich wüsste wie ich das Setup reparieren muss damit es auch 100% wird damit es ein optimales Setup ist damit er im Qualifying und dem Rennen die optimale Leistung aus dem Wagen rausholen kann aber ich kriege dann halt den Leistungsbonus nicht und versau mir dadurch im Prinzip die Werte könnte man nochmal verbessern diese Mechanik ein bisschen hint hint warum war 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 erfahr ich wenigstens wofür aber wo kommt denn Pierre eine Startstrafe da war kein Inzident irgendwie angezeigt wo Pierre in der Nähe war auch nur hä ok ja ich habe gar keine Ahnung so du musst diesen Motor behalten du hast ja kaputt machen lassen von Pierre also eigentlich müssten die beiden jetzt Motoren tauschen der Fairness halber aber was habe ich jetzt getauscht Moment habe ich gerade Unsinn gemacht nach das ERS ja stimmt sein ERS wurde auch zerstört sein Neues wir haben auch kein anderes Getriebe mehr das muss jetzt auch so reichen oh man ey Pierre ganz ehrlich Junge super geile Saison ne und dann sowas Mexiko wenn euch interessiert was da passiert ist guckt euch einfach das Rennen von Mexiko den Schluss an so Pierre hat noch einen schönen Motor ja das ist doch gut kommt hier wenigstens einer mit geilen Teilen um die Ecke aber sein Getriebe hat er dabei auch geschrottet man ein richtiger Spezialist und den will ich im nächsten Playthrough bei Aston Martin wieder anheuern gleich ne ist klar so äh wir sind soweit auf jeden Fall ne Autoteile äh besser wird's nicht ist halt Ende der Saison Pierre war dumm kann man nichts machen so Q1 wir müssen ungefähr auf 1.8 zielen gucken uns natürlich erstmal das Wetter ein aber das Wetter ist super strahlender Sonnenschein äh wie viele Reifensätze haben wir denn für dich für dich haben wir 4 Reifensätze das ist super äh für Pierre wahrscheinlich auch ne ja für Pierre haben wir auch 4 also die können ja aus dem Vollen schöpfen ich meine wenn wir zufällig einen aufheben nachher äh fürs Rennen noch damit wir mit der Strategie ein bisschen variabler sind ist auch gar nicht schlimm und so jetzt warten wir erstmal ja was denn es läuft schon seit einer viertel Minute aber schön dass sie jetzt dahinter kommt das los geht so ne da wollen wir nicht mitfahren das ist irgendeine Alpha Tauri ähm Alpine wollen wir auch nicht unbedingt mitfahren ne ist ein Williams sogar hier da können wir mitfahren guck mal das könnte doch funktionieren oder? guck mal ähm kommen wir hinter ihm raus wenn ich jetzt ich drück mal auf Play und dann fahren wir einfach mal direkt hintereinander raus ja klar Gasly wieder zuerst ne ne Bottas zuerst okay gut fahren wir beide hinter Peres her das ist gut da könnte Freude aufkommen so ich würde euch jetzt natürlich wieder gerne die Strecke ein bisschen präsentieren ne aber ich habe keine Ahnung was hier in Brasilien so abgeht ich weiß es geht bergauf bergab es gibt hier so ein bisschen Geschlängel ansonsten gibt es sehr viele schnelle Kurven mehr kann ich dazu nicht sagen das ist ja auf jeden Fall die Startzielgerade über die wir hier hinweg gebrettert sind und dann geht es da erstmal richtig cool bergab das ist natürlich richtig geil wenn ich hier auch wieder so ein bisschen hoch und dann gleich wieder runter bergab Beschleunigung ist natürlich ein bisschen tricky ne da ist das Gewicht des Fahrzeugs eher auf der Vorderachse ähm aber Formel 1 Wagen haben halt Hinterradantrieb von daher nicht so cool so albern mit einer 1 9 3 3 ja da ist 1 8 doch easy drin zu Noda noch langsamer Garsly zweiter Sektor Purple den ersten Sektor hat sich dann wahrscheinlich Peres geholt aber da kam nach uns noch jemand ich habe da nicht so genau drauf geachtet und da ist doch eine richtig schön große Steilkurve da nice ja okay irgendjemand hinter uns ist schneller ähm es sieht so aus als wenn ein Verstappen auf jeden Fall auf der Strecke wäre äh und Sainz oder Leclerc also einer von den beiden Ferraris wer das ist werden wir gleich rausfinden Sainz war es ja der hat sich da die lila Sektoren geholt ähm ja ich denke wir können einfach gemütlich hocken bleiben also Bottas war jetzt nicht endlos schnell muss man dazu sagen aber ich vermute ausreichend schnell ja auf dem Reifen ist noch ein bisschen Grip drauf ja hier kommen wir ziehen einfach vorsichtshalber ein paar neue auf aber wir können drin bleiben denke ich 1,8 mitte sollte easy ausreichen um hier durch zu kommen dann sollen die anderen sich die Reifen irgendwie kaputt fahren ja die sind alle auch auf super neuen Softs draußen gewesen so und dann schauen wir mal einfach wann die gleich alle wieder raus fahren so bei 2,30 m vielleicht das hört sich einigermaßen realistisch an ja 2,30 m scheint zu stimmen Magnussen und Sainz da ein bisschen weiter vorne so dann schauen wir mal ja danke was kommen denn hier für Zeiten rein also Sainz bleibt vorne wie es aussieht Verstatten geht nochmal an Sainz vorbei deutlich mit einer 1,8,0 Leclerc mit einer 1,7,9 uff ok Schumacher dreht sich dafür ja würde ich sagen schon kaputt gemacht ja also mit einer 1,7,9 Leclerc auf Spitze auf 9 Reifen aber so das heißt die haben jetzt schon mal zwei neue Softsets rausgeballert für die Quali und im Training sind die wahrscheinlich auch mindestens ein Softset gefahren das heißt wir haben jetzt für die nächsten Quali Sessions so einen leichten Vorsprung so wir fahren erstmal auf die angekauten Reifen raus das sollte reichen wir müssen natürlich trotzdem ein bisschen aufs Wetter gucken auch wenn unsere Vorhersage sagt hey es wird trocken bleiben wir sehen Wolken wir sehen aber auch Trockenheit so wir warten wieder ein bisschen geduldig ab achso wen hat es denn raus gehauen eigentlich habe ich jetzt gar nicht nachguckt ne warum habe ich das nicht nachgeguckt Rangliste ja ne sehe ich hier nicht na gut müssen wir nach der Session mal gucken wen es rausgeballert hat oder wir raten einfach ein bisschen okay wenn es sortiert wäre also beide Williams sind draußen das kann ich schon mal verraten Jo scheint draußen zu sein Alonso ist noch drin überraschenderweise wer fährt denn den zweiten Haas neben Magnussen Latifi Latifi ist raus also die beiden Williams Jo, Latifi und dann fehlt noch irgendwie einer Achso Stroll, klar Stroll Nummer 5 aber das ist ja schon mal ganz schön ne ein Haas hier wieder durchgekommen ein Aston Martin ist auch durchgekommen freu ich mich der Magnussen wie der in dem Wagen überhaupt so schnell fahren kann richtig krasser Typ so wer bist denn du du bist ein Russell glaube ich ne Wollen wir hinter dem einfach mal raus fahren das könnte auch voll Spaß machen oder guck mal hier da vielleicht können wir ein bisschen Windschatten schnornen hier und dann gucken wir uns die Strecke gleich mal aus dem Cockpit von Bottas an wie er da hinter Russell her fährt so und hier kommt jetzt nämlich die letzte enge Kurve vor Start Ziel ok cool Reifenblockade zum Glück war das kein neuer Reifensatz jetzt aber hier Vollgas bitte jetzt gucken wir uns mal an was er getan hat in Kurve 11 der Alfa Romeo ist darin verwickelt und da ja die Räder blockieren ja hat er sich verbremst in der Einführungsrunde beziehungsweise in der Outlab das ne mein Herz macht das einfach nicht mit man das wird kein gutes Rennen oder die fahren die ganze Scheiße jetzt raus hier schön bergabaut das sieht so gut aus diese Kurvenkombination vielleicht fahren die jetzt die ganze Scheiße zusammen und fahren dann das Rennen absolut clean so jetzt gibt es aber natürlich keinen Windschatten mehr ich hatte ja auf so ein bisschen Windschatten spekuliert wahrscheinlich am Bottas da auch ein, zwei ein Kmh gefehlt auf das Startziel durch dieses kleine Upsidupsi und deswegen hat Gasly sich den ersten Sektor mal geschnappt das heißt aber auch er ist da schneller als Russell unterwegs gewesen so zweiten Sektor kann Bottas da schneller als Gasly nein, kann er nicht wahrscheinlich sind seine Reifen auch einfach Arsch so Gasly in Sektor 3 auf jeden Fall langsamer als Russell und Bottas auch aber insgesamt Bottas leicht vor Russell so und jetzt gucken wir uns mal die Reifen hier an ja ne, also die Blockade scheint da die zumindest sehr gleichmäßig abgenutzt zu haben ja, aber da gab es auf jeden Fall eine Abnutzung ok, gut dann kommt wieder rein Jungs ihr bekommt ein paar frische Reifen denn das war nicht wirklich schnell ne 1,8 Mitte und hoch das sollte wahrscheinlich reichen eine halbe Sekunde langsamer, aber wir müssen ja nichts riskieren hier wir gucken mal was die anderen hinlegen Alonso was ist denn bei ihm los auch alt Reifen gefahren ich hätte mir mal angucken sollen können wir das sehen die aber war Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse wo sind Ergebnisse hier ich will die Ergebnisse von letzten Sessions sehen eigentlich ja, keine Ahnung vertrauen wir einfach drauf, dass wir damit durchkommen da hätten wir noch zwei frische Reifensätze in Q3 haben da die Räder blockiert? könnte sein konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas ein bisschen zu stark gebremst und schon blockieren die Räder ja und der ganze Rasen flackert alles nur weil er ein bisschen stark gebremst hat aber ich denke wir werden das mal ausprobieren wir werden mal schauen wir werden einfach drin bleiben Bottas 06 langsamer ach guck mal da sind noch so viele langsame Fahrer hinter uns wir bleiben einfach drin wir sind ja jetzt ganz dreist Hamilton war auch richtig langsam unterwegs der wurde aufgehalten irgendwie also wir finden hier locker fünf Fahrer die langsamer sind als die Zeit die wir hingelegt haben hoffe ich oh Bottas rutscht da schon richtig weit nach hinten ok aber er ist durch Ocon ist auch schon durch denke ich ja es sind alle durch von daher ja hat funktioniert wir sind durch 1 8 0 2 5 ne 1 7 6 9 2 die schnell zur Runde 1 7 9 6 2 habe ich das gesagt keine Ahnung also ein bisschen langsamer als im Q1 auf jeden Fall so und im Q3 hoffe ich jetzt einfach dass sie alle keine schönen Reifen mehr haben und dass wir hier mit zwei Stints mit optimalen Reifen richtig durchballern können und Pierre dann zumindest mal auf den fünften Platz oder sowas bringen oder auf den vierten keine Ahnung das könnte auf jeden Fall ganz traurig sein so Qualifying starten bitte auf geht's gib mir gutes Wetter bitte es ist dunkel es ist 17.18 und hier ist einfach die Sonne schon komplett weg ok es bleibt trocken zumindest wie sieht es da mit dem Grip aus gleichbleibend so da fährt schon der Erste na großartig dann äh Valtteri und Pierre direkt raus wumm los auf geht's verfolgt den hängt euch da dran an Sainz ja der ist schnell kommt dann können wir hier mal bei Bottas am Flügel mitfahren gleich und diesmal hoffentlich ohne Dreher hier in T11 oder was das ist so hier ohne Dreher diesmal dafür mit Vollgas bei ganz diffusem Licht hier bisschen schummrig ist es außerdem so ganz da hinten ist Sainz irgendwo mal gucken so Gasly hier wieder deutlich schneller als Bottas wie auch immer der das schafft hier auf dieser Strecke auch schon wieder schneller als Bottas zu sein achso der hat die frischeren Teile der dem wurde er nicht hinten rein gefahren und der ganze Wagen im Prinzip zerstört na gut Seitenkästen haben überlebt glaube ich so aber dahinter ist jemand oh guck mal hier irgendwie so ein Mercedes oder ein Red Bull Pilot der schneller ist das ist ja schon wieder blöd ja also das war noch nicht also Gasly hat es gut gemacht muss ich festhalten aber Bottas der kommt ja noch nicht so richtig zurecht oder seine Teile sind halt wirklich deutlich zu alt vielleicht verliert er da echt über die Teile schon zu viel Leistung äh das wäre natürlich schade könnte aber sein ja so dann gibt es hier noch einmal schöne Reifen drauf dann können wir mit den anderen zusammen raus fahren und ein bisschen Spaß haben ja Verstappen hier wieder ganz stark 1796 und unsere Jungs irgendwie im 182er Bereich also Gasly Bottas nicht mal der ist mehr so im 184er Bereich unterwegs das ist schon ganz schön traurig und wir hatten ja echt kein Traffic der uns aufgehalten hat also von daher uff so wer hat es dann raus gehauen eigentlich ähm schauen wir mal also Alonso hat es raus gehauen Magnussen hat es raus gehauen das können wir schon mal sagen die beiden Alpins hat es raus gehauen und wer war noch dabei warte mal wir haben beide Mercedes wir haben beide McLaren äh hier Albon Albon war noch dabei die hat es auch raus gehauen also hier wirklich nur noch die Top Teams jetzt vollständig vertreten aber so wir stellen uns da einfach hinten an ne also gar keinen Bock hier irgendwie rum zu machen bei 2,30 geht es los wir fahren einfach hinterher gucken was passiert es ging schon deutlich früher los als 2,30 aber hey so 4 Wagen sehe ich sind unterwegs da ist Nummer 5 6 7 und Leclerc fehlt noch da ist er Wollen wir da mal dicht hinterher fahren einfach das wäre auch vielleicht voll witzig oder können wir ihn verfolgen so richtig dicht dann gucken wir mal ob unsere Jungs hier irgendwas gebacken bekommen oder eher nicht ich hoffe ja die verbessern sich hier richtig zur Not soll Gasly sich halt einfach von Bottas ziehen lassen dann kann er Pole Position holen er wird dann zurück gestuft und kann dann mit Bottas zusammen von Platz 3 und 4 starten also so haben wir schon ersten Sektor noch nicht jetzt grün okay also sind schneller unterwegs als vorher das ist ja schon mal beruhigend wir können auch mal gucken wie es bei den anderen aussieht aber die verbessern sich nämlich nicht unbedingt naja so wo ist denn Sektor 2 zu Ende nach dem Geschlängel ne mittendrin keine Ahnung oh Sainz hinten raus nochmal richtig schnell irgendwie so Bottas 2. Sektor auch grün Gasly 2. Sektor nur gelb du müsstest jetzt nochmal Gas geben Junge ja Bottas mit einer besseren Runde hat sich aber nicht nach vorne geschoben scheinbar Gasly nicht mit einer besseren Runde wir sind ja einfach deutlich langsamer auf der Strecke also dritter und fünfter Platz geholt im Qualifying und Gasly wird um 3 nach hinten gesetzt also hinter Norris landet er auf Platz 6 Bottas aus der zweiten Startreihe und Gasly direkt hinter ihm Aperes Rasse und Hamilton haben ja auch voll reingekackt ich weiß nicht ob Verstappen hier der fährt ja in einer ganz anderen Liga aber Leclerc halt auch da vorne ja und Bottas keine Ahnung Teile zu alt Material ist nicht gut was halt da Licht war scheiße es gibt ja 3 Millionen Ausreden die man jetzt an was heißt Ausreden Begründungen natürlich die man anführen könnte so aber wir haben Glück wir hätten richtig Glück gehabt Verstappen und Leclerc werden nämlich auch nach hinten versetzt und da hätte Gasly nämlich die Pole gehabt hat er so nicht aber Bottas startet so wenigstens aus der ersten Reihe und hat Gasly da eine Chance hinter ihm zu starten zweite Reihe Leute das wird ein Drama glaube ich dieses Rennen mal gucken ob wir das unbeschadet überstehen mal schauen ob wir eine bessere Strategie finden als unsere Gegner darauf hoffe ich ja so ein bisschen weil alles andere es sieht halt nicht gut aus also unsere Geschwindigkeit wenn wir die mal mit Verstappen jetzt vergleichen oder auch mit Leclerc oder Bottas mit irgendeinem von den Top Fahrern ja schauen wir mal beim nächsten Mal für heute war es das auf jeden Fall ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid macht's gut und bis dann Ciao